So, it's good as a gentleman as you come here to Five Nights at Freddy's. In meinem aktuell laufenden Gewinnspiel habe ich ja gefragt, was ich da unbedingt spielen soll. Und vermehrt kamen Five Nights at Freddy's. Und da wir The Walking Dead durch haben, brauchen wir ein neues Spiel. Ich freue mich so. Ja, von dem Spiel habe ich viel gehört. Wir können entweder Nacht 1 machen oder ein neues Spiel. Ja, das... Ja. Familie Pizzeria, suchen einen Sicherheitschef. Einführung oder so? Ich meine, es gab jetzt auch keine Einstellungen. Äh... Ja, hallo? Muss ich irgendwo... Irgendwo klicke? Da ist Telefon! Oh! 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 Ja. Mein erster noch. Er hat vor mir gewinnt, aber... What? Oh, okay. Wo bin ich denn? Ah, hier bin ich. So, let's just focus on getting you through your first. Okay? Äh, let's see. Ah, ja, hier sind... Ah, hier sind alle. It's kind of illegal thing, do you know? Welcome to Freddy Fazbear's Pizza. A magical place for kids and grown-ups alive. Where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Ah, ja. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days, or as soon as pop up the infirmesis... Door? Oh, ja. ...the carpet's been replaced, blah, blah, blah. Ja? 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 Ja, ja. Oh mein Gott! Ja. So, since das ist gegen die Regeln, hier in Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear's suit. Oh, ja. Klar. Now, that wouldn't be so bad, if the suits themselves weren't filled with moss beams, wire, undies-type devices. Especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort. Okay. And death. The only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeball teeth up in front of the mask. Oh, 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 oh. And I'll tell you these things when you sign up. But, hey. One is from back. Oh, 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 oh. Check those cameras. Oh, ja, da, 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 da. The doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright. Good night. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das ist nicht gut. Also. Kurz Zusammenfassung. Ähm. Ja, ja. Der hat schon mal hier vorne drin hier gearbeitet, ne? Und. Ja. Die Viecher haben nachts hier so einen komischen Modus drin. Das wir halt Bock haben. Ich. Bisschen hier, ähm. Weil es ja hier irgendwie so Standard ist, dass man hier sich in ein Kostüm versteckt. Und ich bin hier in keinem Kostüm, dass sie mich in eins stecken wollen. Und dann hier irgendwie so einen komischen, was weiß ich, komischen Tod Modus drin haben. Könnte es halt sein, dass sie mich töten währenddessen. Sowas. Mhm. Oh. Oh. Shr. 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 Don't like it. Oh. Das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Warum spiele ich nicht nur den Scheiß? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay. 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 Oh, oh, nein, 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 nein. Huh. Okay. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Alles halb so wild. Okay, bis jetzt. Es geht um diese drei Charaktere da. Da hinten haben wir das Poster, Celebrate. Wie, 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 wie? Okay. Okay, meine Kameras sind tot. Was zum Ver... Oh, oh. Er ist weg. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Nein, 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 nein. Okay. Okay. Oh. Oh, ja. Warte, wo wurde der jetzt? Da war der. Da war er. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, mein verdammter... Oh, ho, 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 ho. Uh, uh, uh. Ihr beide seid noch da, oder? Ja, 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 ja. Okay. Ja, 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 ja. Okay. Okay, okay. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nein. Oh, nein. Oh, jetzt ist das andere füge auch schon weg. Oh, kacke. Oh, kacke. Oh, 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 oh. Wo ist das andere? Da ist das andere. Okay. Oh, oh, nein. Oh, nein. Oh, sie sind alle drei gerade kein... Nicht guter Fan. Nicht guter Fan. Oh, shit. Warum? Wie? Kann man diese Kameras irgendwie nicht mal gescheit platzieren? Oh, 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 oh. Oh, mein Gott. Wo sind die denn? Einer? Zwei? Ah, ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Müsste eigentlich passen. Müsste eigentlich passen. Oh, mein verdammter Oh, mein verdammter Oh, mein verdammter Oh, nein, oh, nein, oh, nein, oh, nein. Was zum verdammten Kackteufel. Ich mag, ich mag euch gar nicht mehr. Ich mag euch gar nicht mehr auf, auf, auf mein Laptop gucken. Oh, ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört. Ich hab sie gehört. Ich hab einen gehört. Einen hab ich gehört. Einen hab ich gehört. Einen hab ich gehört. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, oh, mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott Oh oh Nope Oh oh Röntgenstrahlen Nicht tot Nicht tot Nö 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 Wir machen eine ganze Phase Vielen Dank für Zuschauen Ich habe mich fein Und würde mich freuen Wenn ihr beim nächsten Mal Wieder bei mir Bei Five Nights at Freddy's dabei seid Vielen Dank für Zuschauen Mein Name ist bei Nitzel für heute Morgen Auf Wiedersehen Tschüss